Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von diesem vier Mitreich der Magie. Heute sind wir wieder in unserem Laden unterwegs und ich habe ihn ja schon mal ein bisschen aufgefüllt. Das heißt, wir haben mittlerweile ein bisschen mehr. Lass dich von der Matte nicht stören. So nach und nach muss ich auch planen, diesen Laden ein bisschen zu vergrößern. Aber zurzeit habe ich dafür aber leider kein Geld. Mein Geschäftsbuchet sind zurzeit zwölf Simoleons um 1.48, weil ich gerade eine Rechnung noch bezahlen musste. Ja, also es ist so ein bisschen gut. Hier könnte ich noch mal krabben gehen da nachher. Vielleicht finde ich daran noch was Schickes. Wir können ja erstmal hier so ein bisschen mit Don anfangen zu reden. Dann versuchen wir ihn doch mal von uns im Kauf zu überzeugen. Wie gesagt, früher oder später brauchen wir auf jeden Fall noch einen Angestellten. Oh Gott, diese ganzen Paparazzi sind jetzt hier hinzuladen, weil die gute Judith hier ist. Gut, wir können ihm mal ein paar Informationen anbieten. Und Will er euch da Preisvorstellungen fragen? Ja, und dann muss ich die halt so nach und nach mal langsam abkassieren, was mit diesem Dauern wird. Aber mit ein bisschen Glück kann ich mir den ersten Vorteilskundchen kaufen, dass ich halt die Leute schneller abkassieren kann. Das wäre halt ziemlich cool. Wir können ja noch mal ein paar Fragen beantworten. Und die Paparazzi sind so ein bisschen in der Effekt, muss ich sagen. Was machen die überhaupt in meinem wunderschönen Laden hier? Der ist jetzt wirklich nur so schwer, der nachher nichts ausbietet. Wir können ja mal ein bisschen über Wunne-Einkachsverlieben reden. Masir fühlt sich fast von ganz rein auf. Was ziemlich cool ist eigentlich. So, die Pinnwand ist schon wieder voll. Ganz kurz, die werde ich mir eben leeren. Und dann werden wir anfangen, den Kundchen abzukassieren. Gut, nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Genau, ich habe den Laden jetzt übrigens Amnesias Magisches Reich genannt. Wolle, es kann eigentlich so meine Einstellungen irgendwo schauen, aber irgendwie kriege ich da Karten an. Egal. Auf jeden Fall hat er erstmal ordentlich Geld ausgegeben. Natürlich müssen wir das da alles noch nachfüllen. So, machen wir mit ihr hier weiter. Wir begrüßen sie mal. Achso, ich glaube, ich kann das nur noch mal hier. Okay, ich kann das nur bearbeiten, wenn der Laden geschlossen ist. Wir beantworten ja einfach mal ein paar Fragen. So lange darf es sie ja gar nicht brauchen. Sehr schön. Sie interessiert sich also für den Besen. So, danach kassiere ich mal hier unseren Superstar ab, damit Madame hier rauskommt. Ja, das ist das Problem, ich kann mit ihr nicht mehr reden, weil sie halt berühmt ist und ich nicht. Und deswegen kann ich mit ihr auch nichts mehr machen, als sie irgendwie hier stehen lassen. Was ein bisschen blöd ist, ehrlich gesagt. Rede ich als nächstes mit ihm hier. Was für eine ausgezeichnete Bar, nicht? Was, sie kauft von ganzer Leider. Achso, sie kaufen alle von ganzer Leider. Ja, dann kassieren wir sie halt beide ab. Das ist doch gar kein Problem. Das Gute ist, da wir keine Angestellten haben, haben wir halt keine Ausgaben, was halt ziemlich praktisch ist, weil wir halt das Geld wirklich gebrauchen können. Obwohl ich, glaube ich, erst mal den Vorteil nehme, dass das, was ich glaube auch für günstiger geht, ich kann mir dann erst mal schneller auffüllen. So, ähm, gut, die beiden sind weg, dann... Ach, ihr seid alles Paparazzis. Gut, dann begrüßen wir dich erst mal. Oh ja, die Toilette. Ja, ich muss ja das langsam wirklich ein bisschen ausbauen. Und dann beantworten wir mal ein paar Fragen und reden auch gleichzeitig mit ihr nochmal über ihre Einkaufsvorlieben. Ja, spätestens wenn ihr alles leer ist, müssen wir eh aufhören und zumachen. Und dann schaue ich mal, was ich am besten mit den Einkaufsvorteilpunkten mir heute kaufen werde. Ich hoffe, es reicht schon für irgendwas. Gut, wir können ja mal ein bisschen ihre Möglichkeiten unterbreiten. In der Hoffnung, dass sie sich darauf einlässt. Sehr schön. Dann werde ich sie jetzt abkassieren. Aber man lernt durch dieses ganze Arbeiten ja auch wirklich einige Sims kennen. Was auch ziemlich cool ist eigentlich. Man knüpft doch ein paar Kontakte. Und als nächstes mache ich eben mit ihnen hier weiter. Dann begrüßen wir ihn erst mal in unseren Laden offiziell. Sehr schön. Hä, wieso? Für null? Warum null? Warum null? Sind diese ganzen Tränke etwa nichts wert? Ich dachte, die sind wertvoll. Also wenn die anderen auch für null verkauft werden, sind, kann ich mir das ersparen, die wieder aufzufüllen. Dann muss ich die vielleicht wirklich selber nach und nach herstellen, damit sich das lohnt. Wartet mal. Ähm, Handel. Über Einkaufsverliebe reden. Handel, Fragen beantworten. Und Handel und nach Preisverständigung fragen. Wir machen ja alles durch. Was er sich als allgemeiner stellt. Dann beantworten wir nochmal ein paar Fragen. Und dann machen wir weiter in die Möglichkeiten unterbreiten. Und dann sind sie alle so muskulös. Cool. Okay, dann Kasima bitte abhören, mit diesem Ding hier zu reden. Ich finde es ja krass, dass sie so gar nichts wert sind. Ja, tatsächlich, also die sind... Na gut, dann kann ich die auch entkennzeichnen. Wenn ich mir den eh nichts machen kann. Was ja sehr, 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 sehr schade ist. Ja, stimmt, ich kann die auch für Null verkaufen. Ich glaube, ich muss die wirklich selbst herstellen. Damit die was wert sind. Aber gut. Am Ende ist man immer schlauer. Dann muss ich mich ja doch bemühen, die Sachen nach und nach selber herzustellen dazu. Ah ne, so einen Drang brauche ich gar nicht, weil die gibt es ja auch im Reich der Marquie. Gut, wir werden sie jetzt abkassieren gehen. Eigentlich wäre sie zuerst dran gewesen. Es ist auch schon mittlerweile wieder relativ spät. So, jetzt beizubringen wir uns immer in etwas. Genau, und hier werden wir noch ein paar Fragen beantworten. Wir werden über die Einkaufsvorlieben reden. Ach so, du bist schon fertig. Okay, verdammt. Ich muss jetzt mal gucken, was waren denn noch die Tränke? Ich glaube, die werde ich nicht wieder auffüllen. Zaubertrank, genau. Schild entfernen. Ähm. Du kannst hier ruhig abkassieren gehen. So, genau. Und das hier war Zaubertrank. Gut, dann werde ich das Schild auch entfernen. Und dann werde ich den Laden erst einmal schließen. Sehr schön. Dafür müssen wir das noch alles wieder auffüllen. So, ich schaue jetzt mal. Schneller kassieren. Genau, das könnte ich mir kaufen. Ähm, schnell wieder auffüllen. Genau, das geht auch sofort auffüllen. Das ist natürlich günstiger auffüllen. Das ist natürlich auch cool. Aber das braucht ziemlich lange. Deswegen würde ich erst mal Ladenkasse von morgen. Nee. Hm. Ich würde sagen, wir machen schnell kassieren. Oder schneller wieder auffüllen. Gering. Ach komm, das brauchen wir jetzt eh besser. Dann machen wir das, dass das auffüllen erst mal ein bisschen schneller geht. Genau. Gut, das müssen wir eigentlich auch mal alles putzen. Säubern und... Ja. Macht das erst mal mies, ja. Wie gesagt, früher oder später so eine Ladenhilfe wäre echt nicht doof. Ja, und jetzt schrumpft leider unser Geschäftsbüschel schon wieder ordentlich zusammen. Na gut, dann muss man mal gucken, wie man irgendwie dem... Nee, oh Gott. Unsere... Hm. Nicht ganz so optimal. Komm, wir lassen das jetzt mit dem Putzen erst einmal. Du füllst mal die Sachen wieder auf. Dann graben wir noch ein bisschen... Wo waren diese Löcher, wo ich graben konnte? Weil hier kann ich sicherlich noch ein bisschen was mitnehmen, was Geld hat. Und ich brauche Geld. Überall. Entweder müssen wir uns mal so einen Typ mit Amicia suchen. Damit Geld in die Kasse kommt. Am besten irgend so ein Promi vielleicht. Und dann haben wir Geld oder wir müssen irgendwie, ich weiß nicht, Lotto spielen. Aber das ist ja auch sehr gewöhnliche Tuning-Teile haben wir gefunden nachher. Nee, okay. Zeitkapsel in der Gude. Die bringt wenigstens 70 Sekunden, was gar nicht mal so schlecht ist. Und die Tuning-Teile verkaufe ich jetzt einfach auch. Und Amicia, ich würde sagen, wir fliegen jetzt nach Hause mit dir. Ah nein, du fliegst nicht. Du musst das noch graben. Grab das. Das hat nichts Unwolle, das zu tun. Amicia. Gut, wir kehren aber trotzdem zurück nach Hause und zwar alleine. Weil du brauchst wirklich jetzt eine Rundum-Versorgung. Also ihr geht es wirklich überhaupt nicht gut gerade. So, gut. Dann würde ich sagen, gehst du schnell mal auf die Toilette. Du nimmst dann mal in der frischen Dusche und dann nimmst du dir noch ein bisschen was zu essen. Felix ist ja auch noch hier. Willst du nicht noch was essen, Amicia? Sicher, dass du nichts... Okay, sie möchte erst mal schlafen. Wow, es ist schon richtig früh. Okay, ich würde sagen, am nächsten Tag muss man schauen, dass ich ein bisschen Geld farben gehe vielleicht. Damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Damit wir, wie gesagt, im Laden ein bisschen mehr vorankommen. Und, ähm, willst du... Ähm, in der Laude zu eigenständig eine Berühmtheit sein? Nee, gerade nicht. So, okay. Okay, dann würde ich sagen, komm, wir gehen jetzt und isst mal eine Pizza und danach gehst du mal trotzdem noch mal in eine dampfende Dusche. Vielleicht am Morgen nehmen das Tod, denke ich, dann ganz gut. So, und ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ja, wir waren heute richtig viel im Laden unterwegs, beziehungsweise gestern. Und ja, wie gesagt, ich versuche jetzt mal ein bisschen Geld zu sammeln, damit ich den Laden vielleicht ein bisschen weiter aufbauen kann. Und ja, dann sehen wir uns in einer neuen Folge, höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis heute noch eine wunderschöne Zeit. Und ja, dann bis dahin. Bye, bye.